Auf einen Loss freue ich mich so richtig, wenn ich das am Montag oder Dienstag mache, dass ich mich in der Bücherei anmelde. Da sind sogar schon die 15 Euro Anmeldegebühr mit drin. Die 15 Euro Anmeldegebühr mit drin. Ich habe zwar im Moment echt kaum Geld, aber das ist es mir wert. Mich meine Bücherei anzumelden, um meine 15 Euro Anmeldegebühr da reinzutun. Weil Bücher sind immer Leben, Alter. Lesen ist immer wichtig. Und es ist auch wichtig, dass man gucken kann, was in alten Büchern drin steht. Also, wenn einer Bock drauf hat, ich sage es mal ganz ehrlich, ich suche eigentlich sowieso eine junge Frau, die Bock hat auf Lesen und Schreiben. Die meine Story, was da so passiert, als Buch Bock hat zu schreiben. Und das wäre ja auch was, wo sie sich ein bisschen Einkommen aufbauen kann. Weil die, die das Buch schreibt, verdienen ja immer dran mit, wenn es verkauft wird. Und ich denke, junge Mädels, die lernbegierig sind, hätte ich da vielleicht in der Bibliothek treffen können. Und das wäre hier auch noch ein Grund, warum ich mich anmelde. Ich sage es ehrlich, ich sage es ehrlich. Ich sage es ehrlich, 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 ich